freunde und herzlich willkommen zur gewinnspiel auslosung und ja ihr seht hier die vier listen der vier skins wer es nicht mehr weiß ich kann auch hier irgendwo noch mal dann ein bild von den skins dann einblenden und ich würde am anfang am anfang anfangen ja mit der royal paladin ja nicht mit der killkonferenz nein 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 mit der royal paladin da haben sich elf leute angemeldet und ja dafür benutzen wir natürlich benutzen wir natürlich wieder unsere unsere superseite random.org als habe es vergessen wie viele 1 bis 11 11 klicken auf generate es hat gewonnen die neun die neun die neun irgendwas herzlichen glückwunsch du hast gewonnen die royal paladin ja ganz viel spaß damit ich würde weitergehen dann zur cyrex wirklich ein schöner skin muss ich sagen aber ist natürlich auch sehr stark im preis gesunken die letzten wochen deshalb würde ich jetzt hier eingeben 1 bis 14 ja wusste ich 1 bis 14 würde noch mal auf generate drücken ja es werden noch mal die neun ok noch mal die neun lucky shamrock herzlichen glückwunsch ich habe die neuen ist irgendwie so glückszahl oder so wenn es weiter so geht gewinnt noch lollipop 272 und mabies 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 mabe easy keine ahnung ja auf jeden fall geben wir weiter zur ak-redline da sind es dann nur 13 13 13 13 das ist die 2 die 2 die 2 guter braten ja dich kenne ich ja herzlichen glückwunsch zur ak-redline und zu guter letzt natürlich usps kill confirmed ein wirklich sehr sehr schöne usps skin muss ich sagen ich spiele ihn selber und er gefällt mir einfach so klasse dass ich mein p2000 skit verkauft habe also da muss ich echt sagen ein wirklich super klasse skin und ja wir gehen wieder auf die seite 20 leute haben teilgenommen klicken dann noch mal auf generate und es ist die noch mal die neuen herzlichen glückwunsch ihr seid die gewinner der skins und ich wünsche euch damit ganz ganz viel spaß und wir sehen uns dann im nächsten video wieder bis dahin tschüss